und die Tausenden von Besuchern siehst, die täglich den Petersdom, die größte und wichtigste Kirche des Christentums, besuchen. Der Architekt des Platzes hat sich für so viele Gläubige etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Der Platz ist umgeben von gedeckten Säulen, sogenannten Kolonnaden. Unter denen kann man hin und her gehen, ohne dabei nass zu werden, wenn es regnet. Und zum Zweiten hat er damit eine große Umarmung gebaut. Nimm doch bitte mal deine Arme und strecke sie weit weg von deiner Brust und bilde einen Kreis. Die Hände berühren sich nicht. Die Arme sind ausgestreckt wie für eine große Umarmung. Die runde Form des Petersplatzes soll alle Besucher willkommen heißen und in ihre Arme schließen. Und innerhalb dieses Kreises befinden sich die Besucher, bildlich gesehen, in den Armen der Kirche und von Gott. Das war's.